Die Auswahl der richtigen Correxol erfolgt über ein einfaches Verfahren, das ich euch jetzt zeige. Im ersten Schritt ermitteln wir das Fußprofil und im zweiten Schritt die individuelle Beinachse. Mit diesen beiden Informationen findet ihr garantiert die richtige Correxol für eure Füße. Für den ersten Schritt der Ermittlung der Fußform benötigt ihr ein flaches Gefäß, etwas Wasser und Zeitungspapier. Gießt zunächst etwas Wasser in euer Gefäß und feuchtet euren Fuß leicht an. Und macht einen Schritt über das Zeitungspapier. Vergleicht nun, welchem der nachfolgenden Fußabdrücke euer Fuß am ähnlichsten ist. Der Flachfuß, das innere Längsgewölbe ist so stark abgesunken, dass der komplette Fuß den Untergrund berührt. Der Senkfuß, das innere Längsgewölbe ist abgesunken, der Fuß im mittleren Abdruck verbreitert. Der Normalfuß, der Fuß ist gleichmäßig belastet. Der Hohlfuß, nur die Ferse und Vorfuß sind im Abdruck sichtbar. Nun erfolgt der zweite Schritt, die Ermittlung der Beinachsen. Stellt euch dazu gerade hin, versucht, dass eure Fußknöchel sich leicht berühren und beugt die Knie nur minimal durch. Bei der Tendenz zum O-Bahn berühren sich eure Fußknöchel und gleichzeitig sind zwischen den Knien mindestens zwei Finger breit Platz. Bei der geraden Beinachse ist kein oder kaum Platz zwischen den Fußknöcheln und Knien. Bei der Tendenz zum X-Bein berühren sich die Knie, jedoch bleiben zwischen den Fußknöcheln mindestens zwei Finger breit Platz. Ja, nun seid ihr schon fast am Ziel. Mit Hilfe der Testergebnisse aus den ersten beiden Schritten ermittelt ihr nun die Kurexol, die für euch die richtige ist. Eure Fußform A, B, C oder D und eure Beinachse 1, 2 oder 3 ergeben eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen, die ihr in der nachfolgenden Grafik wiederfindet und daraus erkennt, welche der drei Kurexol für euch die richtige ist. So ergibt sich beispielsweise aus der Fußform A, also dem Hohlfuß und der Beinachse 2, der geraden Beinachse, die Kombination A2 und das wäre, wenn man der Tabelle entnimmt, die blaue Einlegesohle, die Kurex Run Pro High. Nun müsst ihr lediglich noch eure Kurexol an euren Laufschuh anpassen. Das funktioniert folgendermaßen. Nehmt die Standard-Einlegesohle aus eurem Schuh heraus, legt nun die Standard-Einlegesohle über die Kurexol. Achtet darauf, dass die Sohlen hinten abschließen und auf der Innenseite übereinander liegen. Jetzt mit einem dünnen Stift hier an der Einlegesohle entlang einen dünnen Strich ziehen. So, nun habt ihr die Originalform der mitgerlieferten Einlegesohle auf eure Kurexol übertragen. Und jetzt müsst ihr lediglich noch an der Linie entlang zuschneiden. So, das war einfach. Jetzt nur noch die Kurexol in euren Laufschuh einlegen. Ja, und das kann losgehen. Und ihr werdet staunen, wie komfortabel und bequem euer nächster Lauf mit euren neuen Kurexol wird.